Willkommen Ladies and Gentlemen beim neuen Format Farbenschulze TV hier bei uns live aus Gerichshain. Mein Name ist Stefan Gärtner und ich nehme euch, ich nehme Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen von Farbenschulze. Viel Spaß dabei. So nach unserer Zählung ist es soweit. In wenigen Augenblicken, wir haben alle Kosten und Mühen gescheut, werde ich hier den fünfmillionsten Besucher empfangen. Mal schauen, wer es ist. Fünf Millionen Besucher. Da freuen wir uns natürlich sehr hier bei Farbenschulze live. Und wie Sie sehen, kommt niemand. Doch da kommt einer. Fünf Millionen meine Damen und Herren. Der fünfmillionste Gast bei Farbenschulze. Herzlichen Glückwunsch. Was ist hier? Ich bin eigentlich nur mal auf Toilette. Ich meine auf Toilette. Heute darf ich mal hinter den Tresen. Und hier so funktioniert ein Verkaufsprozess. Eine große Packung. Herzlich willkommen. Firma Freischnauze hier. Gute Freunde des Hauses. Und das scannen wir mal ab. Ich werde verrückt. Der fünfmillionste Kunde. Es hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Unser fünf Millionenster Kunde in der Farbenschulze Company. Das wird natürlich belohnt mit einer ultimativen Flasche Sekt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich krieg wohl nix oder was? Doch. Und zwar, bitteschön, Herr Lange, Ihre Flasche Sekt. Warum ist sie denn so klein? Das war's. Ne, krieg ich nicht. Ja, doch. Also unsere Lieblingskunden, die lassen wir auch gern noch mal ins Bonbon-Glas greifen. Oh, bitteschön. Dankeschön. Wie schön, wa? Wir freuen uns. Das ist toll. Vielen Dank. Und was macht man jetzt? Alles eintacken, was nichts kostet. Tatscht mich nicht an. Will das nicht. Also, wir freuen uns. Bis bald. Danke, Farbenschulze. Tschüss. Danke, Farbenschulze. Tschüss.